Und I can't wait so we can break apart the healing If I seem a little unimpressed with this An anti-social pessimist But usually I don't mess with this And I know Yo, hey, Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Und heute zeige ich euch mal einen geheimen Boost-Effekt Was ihr, wie ihr so in Minecraft und Skywars Speziell auf einer Map höher springen könnt Und wenn es euch gefällt, dieser kleine Trick Lasst gerne ein Like, der würde mich mega freuen Und so auch für das kurze Video Aber ich habe heute nicht mehr so viel Zeit, ich bin erst jetzt nach Hause gekommen Und ich habe nicht die Best-Live, deswegen ist das Video nicht so lang Und ja, bis gleich Ja, Leute, wir seht schon mal auf einer Vierer-Map Und zwar auf der App Slime Auf der Map City ist auch die einzigste Vierer-Map Geil, Alter, geil Okay, Jungs, ihr müsst schauen, wie ihr da die Ender-Pferde schmeißt Weil das war gerade ein bisschen suboptimal Und das hier ist die Mitte, ne Ich hoffe mal, jetzt passt es Wenn nicht, dann rast dich aus Nein, aber jetzt haben wir es easy gepackt, Leute Und dann lute ich euch erstmal hier ein paar Kisten Geht am besten hier in dieses Parkhaus-Grill rein In dieses Einkaufs-Center Wie man es nennen mag Und ja, da ist dann gleich so ein Secret versteckt Aber vorab geht er dann hier hin Ich sehe diesen Pfandkasten Und ja, hier ist dann ein Jump-Boost-Drank drin Ist mega geil, der geht anderthalb Minuten lang Und es ist einfach mega witzig, damit ist man mit dem Drank so rumzurennen Okay, ein bisschen Stuff bräuchten wir auf jeden Fall noch Ähm, so, das ist einfach wie gesagt mega witzig Der geht, ja, ein Minuten zu sieben Sekunden lang Und in der Zeit ist es einfach mega witzig Ihr werdet es gleich mal sehen Ähm, und wie gesagt, Leute, ich habe es ja im Pre-Info schon erwähnt Das meiste, dass das Video heute etwas kürzer ist Denn ich habe leider nicht den besten Upload Und dann dauert es halt uhrlang, bis halt bei mir ein Video hochgeladen wurde Und wenn ich halt keine Zeit habe Und ich möchte, dass so 19, 30, 20 Uhr wieder kommt Und dann passt einfach nicht Ähm, aber dafür geht es dann morgen wieder weiter Ähm, ich habe wieder eine neue Skyward-Falle, wenn ihr die sehen wollt Könnt ihr ja gerne mal ein Like da lassen Ich hoffe mal, dass ich die Skyward-Falle machen kann Ähm, und wie viele Kisten gibt es ja sonst eigentlich noch hier, ne? Ja, ja, genau Ähm, ich habe nämlich an dieser Map nicht viel mitgebaut Oder kaum was Das war irgendwie nicht so meine Map Ähm, aber da hatte Wall, Jude, Leon und so weiter Ziemlich viel dran gearbeitet Ähm, ich habe mich da eher rausgelassen Da hatte ich ja noch andere Projekte am, am Laufen genau Und was haben wir denn? Ja, eine Hose machen wir uns jetzt noch Okay, ein Schwert Das ist auch schon mal richtig schön Ähm, okay, Eier haben wir auch Okay, eins ist jetzt nicht das Beste Aber man kann sich nicht beschweren So, wir machen jetzt hier erst mal Die Dierhose Jampus nehmen wir hier hin Und essen Ja, das ist eher so Mangelware, ne? So, gucken wir jetzt einfach mal, wo wir lang gehen können Das ist um einiges besser Okay, das ist ein Mate von uns Ricky PVP, ja Okay, ich glaube es mal kaum Ähm, dass das ein Mate von uns ist Machen wir einfach mal hier auf Dass wir den Typen bekommen können Ne, wir machen einfach so Wir gehen jetzt hier von hinten Oh, 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 da ist ein Gegner Da ist ein Gegner, Jungs Und wir machen es einfach so Zack Wir können jetzt hier so cool wegspringen Wie ihr sehen könnt Okay, Jungs Wir sind ein bisschen low, aber Wir gehen einfach mal jetzt hier weiter Weil ich habe leider kein Essen mehr Und ihr seht, wie cool es ist, wenn man hier so wegjumpen kann Das ist richtig geil Ähm, okay Wir gehen einfach mal jetzt Und nein Okay, der verfolgt uns nicht Wir gehen einfach mal hier in diesen Laden rein Da haben wir nämlich ein bisschen was zum fooden Und hier auch mal die Kiste Okay, das ist nice Das kann sich sehen lassen Aber Ähm, Protection 1 Das nehmen wir auf jeden Fall jetzt Und wir haben noch, wie ihr sehen könnt Links oben 28 Sekunden vom Dings Und Da kann man Na, kann man Können wir hier noch was reißen Oh, jo, jo, jo Wir müssen ein bisschen hier weggehen Okay, ganz schnell hier weg Und das ist einfach so witzig Einfach 15 Sekunden jetzt Ähm Ist ganz nice Ah, fuck, ein halbes Herz hat der Scheiße Okay, muss ich einfach hier in der nächsten Runde kommen Da springen wir einfach hin Da hinten rechts ist wieder dieses Ding Und das ist wie gesagt nur in diesem Hier Also in diesem Einkaufshaus Bei dem anderen ist so ein Museum Sage ich jetzt mal Da können wir es aber nicht benutzen Da ist sowas nicht drin Ähm Geht einfach hier in diesem Fun-Dinger Okay, perfekt Okay, ja, der kennt die Kiste da unten schon Dann gehen wir auch mal hier nach oben Da oben links ist ja auch mal eine Kiste Wie wir jetzt hier wissen Ähm Und ja, das ist nochmal eine richtig gute Kiste Die kann man auf jeden Fall Ähm Auf jeden Fall mal nehmen So Okay, das haben wir jetzt schon mal gemacht Unser Mate sollte das glaube ich sein sogar Ähm Wenn nicht Schauen wir doch mal den Boost-Tank jetzt hier rein Und dann Gucken wir einfach mal Hier Der hat auch eine Enderperle gehabt Okay, das ist mein Mate Okay, das ist mein Mate Okay, das war jetzt ein bisschen doof Ähm Schnell Und das ist jetzt richtig geil Wie wir den einfach easy wegholen konnten Und ja, das war auf jeden Fall gerade eine richtig coole Taktik Das hat man gesehen Okay, da kann man den Typen relativ gut mit wegflanken Ähm, das war jetzt ein bisschen low Weil wir jetzt keine mehr haben Aber Nein, unser Mate Nein Okay, perfekt Jungs Haben wir Wasser? Nein, 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 nein Das könnte jetzt hier eine haarige Situation werden Ähm So Wir nehmen einfach mal den Fire Resistance dran Und holen uns den einfach mal auf Wutglück rein Das ist das Schadenesschwert Perfekt Das nehmen wir auch noch mit Hier Okay, 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 okay Wir haben noch 17 Sekunden jetzt von dem Prank hier Und der hat noch richtig kassiert Oh, 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 Jungs Alter Was der für Hits gibt, ey Das hat mir richtig gegeben Okay Wir rennen hier mal ganz kurz weg jetzt Dass wir Okay, okay, okay Und? MLG John Cena Oh Gott, nice Oh mein Gott Haben wir einfach tatsächlich noch bekommen Obwohl wir in so einer aussichtslosen Situation Wir waren saulow Ihr gesehen habt Und Wir haben den halt irgendwie noch bekommen Das ist richtig geil Sie Okay Machen wir diese Kombination jetzt Zwischen dem Schwerden und dem anderen Das ist Also Jungs, das ist echt geil So Okay, das können wir auch noch mal hier Ihr seht Wir haben mal Dings von den Schneebällen Den ein oder anderen Und die Runde an sich ist schon mal ganz nice Einmal hat dieser Trank sogar wirklich richtig was gebracht Da konnten wir den, der sich hochstacken wollte Nochmal schön Ähm Runterboxen Und Ja gut Ja gut Ja gut Ich meine Habe ich nicht gesagt Dass wir eventuell Egal Kommen wir gerne einfach mal auf den ihre Seite jetzt Eventuell können wir die noch flachsen Ne So Okay, da ist keiner So und ich Ist kaum Ist ja nur halb so schlimm hier Ne Nein Okay, ich denke eine Runde packen wir hier noch Ich hoffe es reicht Wenn nicht Dann tut mir leid, dass ihr das Video ein bisschen später heute sehen werdet Ähm Aber ich gebe mir auch mein Bestes Ähm Und Da ist die nächste Kiste Und Äh Okay, da kommen wir gerade schwierig hin Oh Das ist ganz, 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 ganz schlechter Stuff Ähm Ja, wie gesagt Wieso wird sich jetzt wie alle Die das übrigens dieses Widder Video machen Übrigens Grüße gehen raus An alle Ne Weißt du Ne Egal Kann sich ein bisschen aufregen Aber Naja Jeder macht jetzt dieses Widder Video da Ne Aber Ich meine Habe ich gesagt Dass wir die Map gebaut haben Und Eventuell Ne Aber dann heißt es wieder Ich klau Sachen Aber Jungs ihr wisst ja Synthi klaut mal wieder alles Jajaja Nein Das ist ja Alles kein Problem Ähm Aber Naja Ich denke ihr wisst wie ich es meine Wenn man selber eine Map baut Und dann zufälligerweise auch Niemand tut mir auch meine Secrets vorstellen Und ich tue sie halt quasi bauen Dann Tue ich anscheinend Secrets klauen Wenn ich quasi was vorstelle Also Ich will nicht sagen Leute Bei manchen Leuten habe ich mich echt Das ist mir eigentlich deppert So Okay Die Dings nehmen wir hier noch schnell Den Geppel Okay 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 Hier den Boostdrang Den haben wir Und Wow Boom Er kassiert einfach so unnormal Krass ey Mit diesem Scheißding Ist es so witzig So Bis an Hanisch bräuchten wir noch Unbreaking hat es zwar nur Aber Oh Digga Digga Was der hat einfach drei Enderperlen Alter Richtig Nice Was ist denn hier noch einer 20 Sekunden haben wir den Trank noch Ist jetzt nicht so das gelbe vom Ei Aber Es ist okay Es ist Es ist jetzt Okay Es ist mein Mate Fuck Charlie Ich dachte wir können uns hier noch eventuell einen snacken Aber Dann geht es halt doch nicht mehr Sieben Sekunden haben wir noch vom Boost Okay Der ist jetzt auch gleich wieder weg Ähm Nochmal ich schaff das da rüber Sollten wir packen Sollten wir packen Haben wir gepackt Okay Ist es hier eine richtige Metzlerei Jungs Nein Ich wollte einfach diesen Trick 17 machen Und dann von hinten runter boxen Ach okay Leute So Machen wir hier weiter Wieder nach vorne Ja ich denke das schaffen wir jetzt Aber wenn nicht dann Dann flippe ich Aber es haben wir easy gepackt Natürlich Und alles ist in Ordnung Sollen die Muckke aus dem Ben zerpumpt So Shoutouts an An äh Fruchtmax Und Truboname Das an dieser Stelle mal Klasse Jungs So Den Boost Drang hier schnell Zack Schisch Und Okay Hier haben wir den auch noch Den Kiste Genau Alles klar Die Kiste haben wir hier auch noch Bekommen Und eventuell noch mal eine Enderperle Dass wir ein Team so holen könnten Von hinten oder sowas Das wäre richtig geil Ähm Okay Leider bekommen wir keine Dings Ähm Keine Enderperle Ist ein bisschen so suboptimal Sonst könnten wir uns da hin Porten Noch mal oder so Wie man es nennen mag Okay Fünf 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 Leute Ähm Fünf Sondern Irgendwas anderes Wo ich glaube Fünf sagen Okay Okay Oh ja da ist einer Das soll unser Gegner werden Jawohl Der kassiert Nice Den haben wir auf jeden Fall schon mal easy gelegt So wie man das machen muss Ähm Perfekt Ich denke Den Nein Da sind wir wieder gestorben Egal Leute Fuck Okay Irgendwas sind wir unnötig gestorben Wenn es euch trotzdem mal Lasst gerne einen Like da Haut da rein Bis zum nächsten Video Und Tschüss